ja hallo ich bin der gameteman und begrüße euch zu scare ritual auf der xbox und zwar ist das auch eines der demos von idx xbox und ja keine ahnung was es geht sah ganz nett aus auf jeden fall ein rusel shooter würde ich sagen los geht's rein halbe stündchen oder war fazit kurz und knackig so sprache kann man ändern in deutsch untertitel lassen wir an wunderbar helligkeit das sieht schon mal versprechend aus da hängt jemand okay so ja los ne solo schnelles spiel privat stell dich den gegnern alleine mach mal okay eine karte man kann das alleine spielen oder wohl im vier koop wenn ich das gesehen habe was richtig gesehen habe ich habe aber nicht so richtig ahnung wie das an sich abläuft könnte auch ein multiplayer shooter seien dem man jetzt auch alleine spielen kann ich bin mir da nicht so sicher aber das wollen wir jetzt ja gleich sehen so geht schon mal los aber bist du du ah shit ey was ist das nenn ich ja mal es gibt punkte wenn man schießt so 14 welle ist das so ein wellen shooter wahrscheinlich neuer wunderpunkt okay das klingt nicht schlecht setzt die gegnern brand ist auch gut wo es geht schon weiter okay das war's wohl nicht was jetzt los jetzt bin ich so eine art wiederbeleben okay wo ah hier so haben wir mal gucken rechts ist okay dann haben wir noch ein molotow cocktail mit rb und mit lb ich denke mal dass das ein lebenstrank oder so ist ne so 500 5000 punkte einer lebensmarke das 90 okay zwei runden überlebt okay ahja ein wellenshooter das muss einer gesagt werden könnte natürlich auch nur der modi sein oh guck mal wir bewegen uns hier egal machen wir gleich noch mal geräusche kämpfe überleben okay ah hier munition kaufen oh das war irgendwie nicht so clever scheinbar kann ich mich einmal wiederbeleben kostenfrei und 1.675 5.000 schöne warke okay ah vergiften okay nahkampf vergiftet okay probieren wir mal oh 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 Okay, haben wir jetzt 500 Geld ausgegeben, dass wir hier weiterkommen. Was wollen das hier? 50 Meter. Oh ja, super. Sudden Death, keine Ahnung. So. Ja, blöd ist, ähm, keine Munition mehr. Okay, jetzt muss ich wohl mal reingehen, okay. Ein Eisschild. So, ein Gegner, ein Brandsitz, ist mir eigentlich gut. Okay, wo war hier Muni kaufen hier? Da. Okay. Okay. Boah, ich muss hier weg. Okay, Munizu, ne? Okay, was ist das? Keine Ahnung, aber noch nicht schlecht. So. So, Welle 5 überstanden. Ja, immerhin. Okay, wie viel haben wir denn? 4.900. Warum was mit 5.000 könnte ich so eine Lebensmarke kaufen? Du scheiße, was wird los? Ich bin weg. Uah. Kommt ihr denn alle her? Ich muss weg. Boah, scheint der Art Endboss zu sein oder so. Kommt mal, 3, 2, nee, Geld. Halber Preis. Okay. Könnte cool sein. So. Äh, muss mal hin. Nee. Äh, viel weg. Äh, nein. Tschüss. Verdammt. Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Das war irgendwo da oben, ne? Ja, da. Okay. So, kaufe wir mal hier so eine Marke. Uh. Tschüss, ich will hier so eine Marke. Kein toter Spieler. Okay. Ah, hier war die Marke. So. So, jetzt brauchen wir mal Munition. Oh, jetzt habe ich irgendwas nicht gesammelt. Okay. Okay, weg hier. Obwohl ich nicht weiß, was macht eigentlich das, wenn ich das mache. Okay, müssen wir weg hier. Uah. Unendlich Munition. Unendlich Munition. Unendlich Munition. So. So, wo war eigentlich hin? Ja, da hinten, ne? Ja, da hinten, ne? Ich bin schon wieder verlaufen. Ich hoffe, nur. Okay, Uhr, weg. So, mal gucken, wo ist so lang? Da oben irgendwo. Äh, nee. Genau, da wollen wir lang. Wir brauchen Munition, was ist... Da. So. So. So, achte Welle haben wir. Zügiger Tod, Feuerratum, Dreientod. Okay. So, jetzt gucken wir mal an. Puh, ja. Donnerwumme. So. Der Champa 2, Level Ups. Äh, weiter. So. 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 Ok, wir brauchen nur noch Munition, diesmal für den halben Preis. So, ok, wir brauchen endlich Munition. Was haben wir denn hier? Ok, nein. 500 Punkte geht es hier weiter, schauen wir mal, kommen wir da hier hin. Ok, ah ok, Abkürzung. Boah. Run! Run! Allen! Okay Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier wegkommen Wiederbeleben in 10 Metern Wo? 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 Da? Okay, eine Lebensmarke hat das gekostet Jetzt gucken wir mal hier Elixier des Lebens erhöht Lebenskraft Okay 1200, nehmen wir mal So Feuertornado, klingt cool Huah, ich muss weg Huah, Hilfe So, was haben wir hier? Munition Huah Boah, war das so ein Typ hier Äh, jetzt bin ich wieder weg Was hab ich so schöne, viele Abkürzungen freischalten, dass ich keine Ahnung mehr hab, wo ich überhaupt lang rennen muss Aber Aber Hier war es scheinbar nicht Huah Huah Verdammt Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut Ey Ich hab' zwei von denen Ich hab' zwei von denen Ist ja gut Ist ja gut So Komme ich denn wieder dahin, wo ich war? Ich will gerne so eine Marke kaufen, ey Tja, ich würd sagen, ich hab' mich hoffnungslos verlaufen, oder das ist gerade zu, das kann auch sein Ach, das muss ich zerstören Das sind diese Naja, okay Gleich haben wir Muni-Probleme Bier Ziem Guck Tja, nja, 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 nja So, okay. 11 Runden. Aber trotzdem ist das nicht das, was ich will. Oh, kommt er los. Verdammt. Ich komme aber auch nicht mehr weg hier, ey. Ah, da hat es uns gekillt. 174 Kills. Ja, ich glaube, wir haben einen kleinen Eindruck von dem Spiel. Das ist ein typischer Wellenshooter. Ja, ich habe mich ein bisschen verlaufen jetzt. Wahrscheinlich wäre ich auch wieder zurückgekommen. Aber meine Orientierung, naja, wie es halt immer so ist. Mein Ding ist es ehrlich gesagt nicht unbedingt. Obwohl das mit Freunden vielleicht, könnte es vielleicht lustig sein. Man kann ja auch mal weitere Dinge freischalten. Das war schon ganz cool. Aber, soja. Also, als Demo jetzt ist das nett. Guckt mal selber rein und schreibt mal, ob es euch gefallen hat. Meins, ähm, ne. Ist, glaube ich, nicht mein Spiel. Aber, ein Versuch war es wert. Deswegen, ähm, ja. Mach ich jetzt wieder Schluss. Bis zum nächsten Mal. Euer GameDevend. Tschüss.